Da hat er durchaus Optionen. Und er schießt. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts an. Mohamed Salahmbal. Schöne Flanke. Harter Schuss, aber Ball geht neben dem Stor. Knappe Angelegenheit, also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Nee, keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr raus machen. Das ist doch harmlos. Arne Meier. Gut gedacht, aber dann geht der Ball doch ziemlich daneben. Van Dijk. Mohamed Salah. Das sah gut aus. Klasse dieser Wolle. Tolle Schusstechnik am Ende knapp. Fabinho. Die Riesenchance. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Firmino. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie grad noch zur Stelle. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Klasse Pass. Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht dann doch einige Meter am Tor vorbei. Das könnte gefährlich werden. Nur noch der Torwart vor sich. Gehalten. Er verhindert hier den Rückstand. Mit dieser Glanzparade. Und da wissen die Mitspieler natürlich bei wem sie sich bedanken. Da packt euch weiter. Getschern. Wie auch noch die Böden. Die Böden. Aufbauen wir nach hinten. Die Böden. Die Böden. Aufbauen wir den Zug auf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.